und damit herzlich willkommen zu einem weiteren folge sans of the forest wurde viel gepatcht das wird viel gemacht wie ihr seht kelvin kelvin ist wieder da pabijano ist wieder da der sitzt sogar hier ja der ist gerade hier reingelaufen gekommen kann ich den eigentlich jetzt noch sagen wo das alles eingefroren ist dass er trotzdem wie es ist fische holen soll baue hole fische und mir geben klappt das ja er macht das was ist jetzt wegen trinken ich glaube nicht alles ist eingefroren da unten ist zum beispiel wasser noch uneingefroren egal wo kelvin ist um diese fische zu fangen wusste mitten auf dem see weil da wahrscheinlich das einzige loch ist an die neue bausachen hinzugefügt das war auch eigentlich neben irgendwelche structures haben wir gesagt der übers eis laufen hört sich so gefährlich an als kinder geknistert und knackt dann richtig ich habe nur einen roten arm da reingeworfen ich weiß nicht im feuer der die hat den arm gegessen nein der liegt ja noch mal ja weil kümmer ihr gesicht dann voller blut hey bruder du hast fisch für mich oder aber die hat das feuer kaputt gemacht muss ich das verstehen du hast noch ein gutes essen gegessen wieder voll mit hunger ja wenn ich den fisch esse bin ich auch wieder voll hast du das geräusch und du machst lager voll diese ja ja vom see kommt vielleicht so ein riesen ugandimonster raus mini boss events wir haben neben so mini also ein boss event gebaut das hier ehrenlos also fabi was wollen wir jetzt nächstes hier machen ich weiß nicht ich sag's ehrlich sollen wir eine höhle versuchen eine höhle ich hab den jetzt nochmal gesagt er soll fisch sammeln dann würde ich vielleicht meine höhle versuchen wir haben ja gute rüstung blattrüstung und damit blattrüstung man überlebt alles und wir haben noch viele molotov cocktails ich finde man kann gut mit molotov arbeiten dort ich hoffe wie viele feile ich habe ich nehme auch noch ein bisschen c4 mit und ein paar platinen und mache nochmal zeitschalt holen weil ich glaube bei forest 1 muss man ja irgendwas sprengen oder nicht ab und zu ja es gab auto wo man springen muss hier sind welche und das sind große wieder so ein riesiger wird da oben ein gott haben wir schon mal so ein ne egal essen was heißt die oder wir oh mein gott unser ganzes haus nein jetzt wissen wir auf jeden fall was wir machen dieser nutten wie droppe ich nochmal was oh mein gott der hat meine ganze rüstung kaputt gemacht mit einem schlaf die kann man nicht mal mitnehmen ne wenigstens haben wir essen ich kümmern ich kümmern mich darum dass die hier alle weg kommen erstmal nur draußen legen wir haben hier dinges gedroppt so ne ledertasche ahja super das hat es natürlich ah da hinten ist noch eine noch einer ey faby faby glaubst du faby glaubst du dem geht es gut warte ich will jetzt hier erstmal alles so hier sortieren ok dann nicht weg äh feuer ist schon wieder aus warum ist feuer denn schon wieder aus irgendeine kälte maybe kann gut sein vielleicht muss man da gut nach äh heizen ja aber ich komm nicht dran digga weil die hitbox so scheiße ist da ich komm wieder aus dafür bist du aber jetzt an wieso ist das feuer jetzt komplett weg eee k soll ich pennen ja das alles noch hin irgendeine scheiße erstmal speichern schlafen egal ich öffne erstmal lootbags erstmal lootbags öffnen ahja stimmt opening let's go opening let's go ok ein energyriegel ja ansonsten klebeband und so aber geld klebeband medizin und medizin energy und austar ja ich hab auch austar ich weiß nicht wie man also man kann die so essen aber irgendwie bringt das kaum was wenn man keine bestimmte Arbeit oh die hat mir daumen nach oben gezeigt oh ja ess dich du hast mich vergiftet du hast mich vergiftet ja also wollen wir versuchen einfach eine Höhle zu machen ich glaube hier werden wir nicht glücklich mit wenn wir jetzt das Dach versuchen zu machen ich kann dieses Haus nicht so lassen hier komm dann let's go dann lass uns eben machen mach ich eben mit in der Mitte ja in der Mitte kannst du nichts platzieren Fabi kann ich auch nicht da steht so ein Bruchzeichen dann so ein rotes ah da muss ich reparieren ah wo genau war das in der Mitte von den Dingern siehst du ja ah jetzt kommt Schnee hier runter der Geile ja abfacken in der Mitte können wir eine Fackel bauen oder sowas hab ich auch schon nachdem geguckt weil eine Fackel wär schon ganz geil so dann wird die uns wenigstens wärmen uns selber halt boah du hast die miese Kante gegeben ja verdient das äh dead irgendwo muss ich wieviel brauchen wir noch? äh wenn wir noch Tür machen wollen dann bräuchten wir noch einen Baum also wieviel hast du jetzt noch? zwei stücke also Dach ist auf jeden Fall schon mal wieder zu ah komplett? ja wir brauchen dann nur noch vier Tür ja ok kannst du das einfach hier rein platzieren? ja hm ja lass doch noch zwei ja zwei für's doch oh ehrenthof doch für den ganzen Baum jetzt zu spielen oh lass ihn einfach vom Vasi klauen hmhmhmhm Ich bin schon gewillt dazu gewesen, da was zu klauen. Baum fällt! Ok, ich räume dann gleich nochmal mein Inventar auf. Und... Wie hast du das da oben platziert? Bei mir will er das nicht anzeigen, Fabi. Du musst ein bisschen von der Seite gucken. Ich räume jetzt so... C, 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 ja C, 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 C... Warum hat das hier jetzt gerade den Wassersound gemacht? Ja, das ist verbuggt. Mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. Ey, dieses Miese, verbuggt. Ich habe noch Arme. Ungebratene? Ja. Also Granaten nehme ich mit. Medizin, ich weiß gar nicht wie viel Medizin habe ich dabei. Drei Stück sollte reichen. Drei Energieriegel. Draht kann ich noch ein bisschen hier lassen. Munition kann ich auf jeden Fall noch hier lassen. D4 kann ich hier lassen noch. Boah, ich kann ein bisschen Medizin noch hier lassen. Haben wir hier irgendwo Medizin? Ja, guck mal, auf der anderen Seite. Drei Energieriegel will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die habe ich aber schon. Ich denke er war, jetzt ist das Feuer wieder komplett weg. Und dann wird das Feuer ja noch nicht sto mal. Ich bin ich für die Feuer. Und dann sind die Feuer wieder spontaneous. Und dann ist das Feuer, wenn die Feuer wieder enferst du vor. Und dann ist das Feuer wieder einiges 안 mir drin. Ich bin ich dann sowieso.